Gute Morgen meine Damen und Herren, das Zugpersonal von DP Regio begrüßt Sie recht herzlich im Regional Express Saxonia auf der Fahrt nach Dresden-Aubbahnhof, mitfahrt vor Postdorf-Wurzen, Urschatz, Isar, Kostwilch und Dresden-Neustadt und wir wünschen eine angenehme Fahrt. Unsere Fahrplan-Mäßige Ankunft in Dresden-Aubbahnhof wird 8.32 Uhr sein, nächster Fahrplan-Mäßiger Halt ist der Ersdorf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nächster Halt, Leipzig, Engelsdorf. Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt